hallo und herzlich willkommen bei ReddogGamble ich bin natürlich auf die hacken nach dem ticket und heute habe ich das spiel mobile lords ich habe meinen account noch nicht gefunden ich werde das jetzt mal ausprobieren ob das jetzt so geht weil lords mobile ist ja jetzt mit Slice zusammen ok 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 so account habe ich vorher nicht gefunden dann muss ich rauf gehen auf konto einstellung konto einstellung gibt es nicht mehr das heißt jetzt sind wir noch konto über facebook einloggen facebook ist da facebook das war was anderes glaube ich jetzt ja das ist was anderes das wollen wir nicht zack zack und das okay jetzt habe ich das so gemacht wie es im buch steht wie es mir aufgeschrieben habe aber da da ist alles weg warum warum ist alles weg jetzt muss ich wieder von vorne anfangen ich war so weit gewesen dann spiel nur die 15 äh die 10 minuten schauen wie weit wir kommen nahrung nahrung Das kann doch nicht wahr sein. Gratis beitreten. Hat sich da eine Eingegilde schon gemacht? Nein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, machen wir den Angriff hier. Super. Zwei sind gestorben. Und von denen 90. Mensch, müssen die schlecht gewesen sein. Ja, dann produzieren wir das mal. Bauen. Das noch dahin. Okay. Kleine Zwerg. Meine Moral geht mehr runter als seine. Obwohl ich mehr Leute abfahre. Jetzt geht's runter. Bam. Da musste erst die Mauer fallen. Zwerg. Zwerg. Und weiter geht's. Was können wir jetzt noch machen die letzten Minuten? Noch mal angreifen. Komm, dann greifen wir noch mal. Er hat zu viel getrunken wahrscheinlich. Deswegen taumelt er da herum. Oh, Mann. Ich bin hier. Ich bin hier. Justice ist hier. Yuhuu Ok gut da kommt jetzt der heldenkampf zack und zack zack und zack sind drin jetzt wird gekämpft ja ja da ist eine Prinzessin umgehauen 5 Minuten super Ah, gut. Ging das nicht mal ein bisschen schneller hier oder musste ich das erst freispielen? Naja, was soll es? Genau. Ach, das kann bitte komplett bänden. Dann gab es den. Jo, das kann ja noch ein bisschen dauern. Ich spiele noch den einen Kampf hier und dann bin ich mal wieder offline. Weil dann sind die 10 Minuten vorbei. Ich denke mal die sind jetzt auch schon vorbei. Okay. Jetzt haben wir den nächsten Helden freigespielt. Aber das war es jetzt auch schon. Gehen wir mal hier raus. Jetzt kriegen wir den Helden. Genau. Dann gehen wir hier raus. Ach so. Abholen. Ah, da hast du Müll gekriegt. Dann holen wir auch mal schnell die ganzen Sachen ab. Okay. Müll. Und Müll. Gut. Dann haben wir nochmal hier 19 Sachen. Abholen. Abholen. Da läuft ja noch. Da läuft ja noch. Da war hier nochmal was. Ich probiere ja immer die schlechtesten Leute auszusuchen. Damit die besser werden. Und wenn ich alle ausrüsten kann, dann mache ich natürlich auch alle. Haben wir da noch eine 1? Ach, das läuft noch. Da haben wir am wenigsten. Und was muss ich noch bauen? Gut, dann... Was kommt denn jetzt schon wieder? Okay, warte nochmal. Ich stimme zu. Was haben wir da oben? Okay. Dann nochmal kurz. Mauer. Das, das, das. Okay. Ich habe hier was zu erhalten. Slayers. Yeah. Da habe ich auch nochmal was gratis. Beitreten. Beitreten. Anheuern. Okay. Allen helfen. Zack. Und da... Okay. Habe ich doch schon angeheuert. Zweimal angeheuert. Na ja. Ausrüstung. Fertig. Und wieder zwei Briefe bekommen. Müll. Müll. Kighat es. Apworn. Ach. Not man. Apworn. 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 Der läuft, Gamefest starten, zack, läuft auch. Ok, das war es jetzt wirklich, schnell, schnell rausgehen, bevor noch was anderes fertig ist. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, leider, dass ich meinen alten Account nicht mehr habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Video dabei seid, bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.